Knopps Kultliga, exklusiv auf BILD.de mit Comedian und Parodist Matze Knopp. Hallo BILD.de, ich bin's, der Kloppo. Ja, wir haben verloren gegen Schalke. Ich bin immer noch sauer. Der ist für Neven. Und der ist für Bender. Für Mats Hummels. Und dann noch der Piszczek. Der Lukas. Für den hab ich was ganz Besonderes. Genauso hat er gespielt, wie ich geschlagen hab. Wie ne Luftpumpe. Aber mein Fehler. Ja, was soll ich machen? Susi Zorc wollte unbedingt, dass seine Cousine mal die Aufstellung macht. Legendär. Die Scheiße. Nehm ich auf meine Kappe. Die Knappenschlappe. Jetzt geht's am Mittwoch gegen Real Madrid Champions League. Wahrscheinlich spiel ich selber mal wieder als Vorstopper. Ich bin zwar technisch ungefähr so filigran. Wie ein Mettigel oder eine Gewürzgurke. Aber ganz ehrlich, wenn ich zutrete. Dann wächst im Mesin Özil ein drittes Auge. Und zwar am Knie. Wo bleibt mir jetzt mein Bier? Diese Kellner. Danke. Ne, ich trinke noch nicht aus dem Felddienstglas. Hier kannst du gleich wieder mitnehmen. Hast du ein anderes Glas? Jo. So weit kommt's noch. Pass mal auf, ich komm gleich in deinen Wagen da rein. Dann ist das maximal noch ein Toilettenhäuschen. Aber wie heißt das schön? Scherben bringen Glück. Ne, trinke ich nicht. Wolfsburg-Tabellenletzter. Bin mal gespannt, für wie viele Millionen der Maggert in der Winterpause einkauft. Für die zweite Liga. Ah, ich fahr mal ne Runde. Muss Frust abbauen. Ah, bei den Bayern. Ah, bin sauer. 5-0 gegen Düsseldorf. Zwölf Punkte Vorsprung. Startrekord. Muss Aggressionen abbauen. Jetzt geht's mir wieder besser. Zurück zu BILD.de. Matze Knob, der Kultkomiker von BILD.de. Seine neue Erfolgstour Platzhirsche. Sichere dir jetzt Tickets. Alle Infos und Termine unter BILD.de.